einen wunderschönen hier wieder live aus der schönsten diktatur der welt ich bin herzlich willkommen bei tucker auf deutsch ja ihr habt lange nichts mehr von mir gehört viel zu tun viel arbeit ja wir sind jetzt mal wieder unterwegs natürlich kein mundschutz weil ihr wisst bescheid ist ja alles nicht so schlimm ich zeige euch mal ein bisschen was ja und die parkbänke sind abgesperrt darf man sich nicht hinsetzen ist klar weil könnte man sie anstecken die parkbank hat dann auch corona ist ja klar wisst ihr bescheid hier auch hier alles wasser extra rausgelassen da hinten alles abgesperrt meine fresse alle verklatscht sicher ist sicher eine absperrungslinie und so wegen ja wie man sieht hier haben alle masken an sagt auch keiner was was soll man sagen traurig dass die türkei da mitspielt hier immer so auch seinen abstand achten überall dinge hier ja ich werde noch ein video bringen zu den monatlichen kosten habe ich ja gesagt mache ich monatlich einmal wie gesagt im moment viel zu tun und wir haben im moment nicht ausgangssperre aber jeder unter 60 darf halt nicht raus und bis 20 jahre glaube ich war das ne frau also ab 65 und bis unter 20 dürfen die nicht raus ja ihr habt das gehört wie gesagt ich halte mich auch nicht so viel draußen auf nicht aufgrund der der ja ihr wisst schon sondern einfach kinzig deswegen kommen noch ein paar videos staatsangehörigkeit muss ja auch noch gemacht werden wir konnten leider nicht nach antaglia fahren werden wir aber nachholen und ich halte euch auf dem laufen bis dahin